halli hallo da bin ich wieder in assassin's creed odyssey ihr wisst ja wie es geht mit kommentaren like und abo in diesem sinne sage ich schon mal dankeschön dafür ihr könnt auch gerne einfach nur die modi da lassen oder wenn ihr mögt dann könnt ihr auch gerne mal bei einem meiner live streams hier auf dem kanal reinschauen so ich befinde mich wieder in der gabstätte der königslosen königin damit ich mich jetzt hier kümmern kann weil mein ehrgeiz ist da es zu schaffen und ich habe gerade überlegt wie ich am besten vorgehe ich habe nur leider keinen richtigen plan hätte ich beinahe gesagt jedenfalls nicht so dass man sagen kann he laune so dann gehe ich jetzt hier und hier oder was so dann habe ich ihn hier so dann kann ich erstmal hier wieder verstecken dann habe ich jetzt die beiden den da und dann habe ich ja das hier und ich hoffe mal dass das jetzt funktioniert er geht jetzt nach oben das war jetzt aber nicht meine intention bewegt euch doch mal ein bisschen deswegen bin ich jetzt ich sag mal das heißt cool die rahmenfähigkeit aus valhalla dann könnte ich das schnell mal hoch dann könnte man so schnell hin und her switchen weil mich dass die beiden da jetzt zusammen mich kuscheln hätte ich beinahe gesagt das nervt mich gerade ein bisschen und das hier unten nix so richtig passiert gerade ist auch gerade irgendwie nervig ne also er da er da er da und dann er da und er da und er da und er wir machen das jetzt einfach mal so wenn einer hier schon runter kommt dann können wir da vielleicht was machen jetzt kommen jetzt bewegen sie sich ne wollt ihr mich verholen piepeln oder was was das eigentlich frage ja funktioniert sofern der sich da jetzt nicht bewegt sehr gut da kommt der nächste so habe ich mir das natürlich irgendwie auch vorgestellt auch wenn irgendwie nicht ganz jetzt müsstest du hier dann kommen dann kann ich mich um den und um den kümmern was ich wollte gerade sagen ich kriege die Motten dann du da kommt keiner sehr gut so wo gehst du lang rechts oder längs und hier aus gesehen rechts zack erledigt ich bin gerade erstaunt dass ich so gut vorankomme sorry wenn ich das so ausdrücke hammer jetzt kann ich glaube ich einmal kurz zurück oder nee nee lassen wir mal lieber nee nee lassen wir mal lieber wir kümmern uns jetzt um die hier um Das wird ein Spaß! Nein, ist er nicht Das war gerade gar nicht gut Was habe ich denn da gerade gemacht? Der wollte ja gerade gar nicht so wie ich wollte Aber guck mal da ist auch noch einer Ja 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 weg 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 gar nichts da war auch nichts versuche ich gerade mein bestes hier eine ja weg 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 cit den sie guckt mich natürlich jetzt an das war wieder klar hier ist keiner ich hoffe das funktioniert jetzt sehr gut war natürlich klar dass ich das jetzt nicht hinkriege sehr unglaublich ja so einen roten apfel habe ich bekommen juhu so war Oh. Ja, komm. So. Ja, endlich. 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 So geht das, Leute. Na komm. Ich muss das jetzt so machen, Leute. Ja. Jetzt. Du kannst nicht so nennen. Kannst du nicht in dir в Ganzen? Kannst du nicht was machen. Du stößt doch! Du siehst nicht in dir в Ganzen. rl ist es nicht mehr. Es ist jetzt natürlich hier, aber ich werde jetzt nicht mehr. mensch hat der kumpel jetzt jetzt habe ich den gaben du bist auch noch ohne fahrschein und das wäre jetzt ein knaller wenn ich das schaffen würde wenn du hier reinkommst dann passt das ja komm durch komm durch jetzt habe ich ihn auch erledigt sehr schön den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht an den war so die beiden da und weg jo leute ich weiß dass es jetzt echt ein bisschen kompliziert gefühlt aber es muss so sein weil ich will das natürlich jetzt schaffen endlich so dann hier lang dann da lang und dann gehe ich da lang okay nein ja wollte ich nämlich lang ja 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 Nein, wie ist das? Passed. Einmal in der Runde verschwinden. Und dann haben wir den auch. Yes. Ziehen, Käse. Ich spreche! Was willst du? Power? Kriegst du. So. So. Jetzt haben wir uns den da an. Dann haben wir die unten da beiden. Äh, da unten die beiden. Gott, du hast... Die, äh, aus. Ah, jetzt sind die natürlich weg, ne? Ja. 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 Kann das jetzt klappen? Nein. Zweischneidige Kriegs-Axt habe ich jetzt auch. Jetzt muss ich echt gucken, wie ich da in diesen Raum reinkomme, weil ich diesen Schatz da brauche. Auf jeden Fall nicht von hier. Alles nebenbei machen, ne? Noch eine Stopp weg höher, ne? Oh, 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 oh. Das könnte hier jetzt was werden. Okay. No. No. Und hier? Ich habe ihn. sehr gut sehr gut und ich habe nur noch da unten bzw den schatz da ist das eine schwierige aufgabe ich könnte mir vorstellen dass andere die mit dem kampfsystem deutlich besser klar kommen schon längst fertig werden hier aber da kann ich euch mal die frage stellen habt ihr schon mal so probiert habt ihr euch mal drangemacht das so zu spielen dass ihr gefühlt eine ewigkeit braucht da irgendwo ist der schatz stellt euch mal vor ihr habt hier alles fertig ne also ihr seht das ja jetzt ne und ich habe da unten ja auch noch ein also ein kollegen ein befehlshaber plus seine leute und ich schaffe das nicht dann war die letzte halbe stunde gefühl komplett für ein popo ich würde mir ja voll den arsch weisen und ich weiß ich werde es machen wie ich es nicht schaffe sooo sooo jetzt habe ich nur das hier ne jo das wird ein knaller gleich mal gucken wie ich das am besten löse so so Das war's.